wer will zuerst hey 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 ah pariert aha jawoll oh oh Whoa-oh-oh-oh. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Steh auf, steh auf. cha, finish him. Hopp, hörst drauf. Oh, Alter! Wie bist du denn unterwegs? Hörst du auf? Was für zu denn noch? Ohne Schwert wäre tatsächlich blöd gewesen, gebe ich zu. Das Parierenfenster ist sehr eng. Oh, 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 steh auf, 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 la la la, la la la! Georgia! angespuckt wird das ganze ding noch mal das aber fies aber gut wir haben dynamische Schwierigkeit an. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen leichter. Mach ich doch! Oh, gibt es da mehrere Stufen von dem Spiegel. Guck mal. Zwei. Hop, 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 hop. Hey. Wie war ich? Oh, einen habe ich noch. Alter. Hilfe. Lady, was los mit dir? Geh zum Therapeuten, Mann. Ich bin ich. Was machst du? Was machst du? Was machst du damit? Du hast gut. Du kannst nicht die Gehirn. Gehirn. Gehirn in der Zeit. In den Zeit. Wir müssen die Riesen ins Licht locken, ins Sonnenlicht. Ich seh nix. Hm, hat wohl nicht überlebt. Und die Brüche. Biltoyga's real name. Ingen. Her name. Ingen. Wir haben alle Namen, gegeben oder chosen. Wir verändern sie, schützen sie, investieren sie mit Wissen. Wie zu geil ist der da hingekommen? Und nun, in Gunny, she knows her. Okay, was sie jetzt? Okay, wir werden sie auch im Grunde�ke. Okay. Sie sind ein Schmack. What羽!? Ich bin der Tag. Ich bin der Tag. Ich bin der Tag. Ich bin der Tag. Ich weiß, was sie mir tunten. Ich weiß, dass der Tag. Der Tag. Ich bin der Tag. Ich bin der Tag. Names haben die Macht. Verrückte Namen. Die Karte. Wir wissen, dass der Tag. Der Tag. Dregaia. Können wir ihn anrufen? Wie die Dregaer. Sie wird dich töten. Die Dregaer haben die Geschmacken geschehen. Sie machten was sie zu tun, bevor sie sich verletzten. Die Groteske Paragie von Blowed Onen, die in der Schrecklichen Ort gehalten wurden. Die Gebeten für Freya. Wir können sie auch anrufen. Ja. Und ja, sie wird kommen. Aber sie wird dich töten. Wie sie hat so viele von uns. Dann was? Sie kann niemals beherren. Sie müssen sie finden. Sie können sie mit ihr, face-to-face und sehen die Welt durch ihre Augen. Sie sehen die Welt. Und da gibt es einen Weg, um die Tür zu öffnen. In einer anderen Raum. Mit Feuer und Rage. Die Veil. Die Veredit, wie sie whisper. Das heißt, wir. Die Veil. Die Veil. Durch die du manchmal kannst du ein Glimmer. Sie verstehen. Und da gibt es einen Weg, um das Öffnen zu öffnen. Sie weiß. Sie passen. Es wird nicht das erste Mal sein. Sie ist zufällig. Sie hat mit Griefe. Ich sah es. Ein Ritual. Ein Ritual. Ein Ritual, um die Tür zu öffnen. Ein Ritual, um ihre Schmerzen zu öffnen. Ein Ritual, um ihre Augen zu öffnen. Sie sprechen ihre Namen. Okay. Ein Ritual. Ein Ritual. Hm. Ein Ritual. Muss mal gucken, was wir die Riesen da rausholen. So. Und nicht vergessen, nach Felsformationen zu gucken, die aussehen wie Gesichter. Also. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Baby on Board auch geht. Aber. Maybe Baby. Also. Gucken. Immer schön die Augen offen halten. Wir sind weit entfernt von unserer Siedlung. Oh. Gerade die Cutscene geladen eben. Okay. Ist vielleicht doch ein bisschen angeschlagen der PC. Nach drei Tagen durchlaufen. Gucken. Gucken. incident. Inh AK, Blick vor ihm leben. Oh cuanto,ridammes! Alles G inclusive Grat lucata! Oh no. Totally. Oh no. I- Spencer, kann ich nichttać nach Gundam. Oh. Oh wo. Ich come zu malen. Oh. Oh, da ist sie ja. Moin. Engel. Ich weiß dich. Engel. Erinner. Oh. 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 Oh geil. Im Takt der Musik. Explodiert die Lava. Oh, warte mal. Muss ich denn hin? Oh, guck mal hier. Ah, ich muss sie befreien. Ah, ich muss sie wieder drinstecken. Boaaaa. Aber so ist das für Wettbewerb. Ohhhh. Lass mich dir doch helfen und sei doch nicht so böse. Oh Gott, jetzt habe ich mich erschrocken. Das Loading Gate hat sich doch gelohnt, oder? Jetzt ist es aber stinkig. Aufpassen. Es gibt verschiedene Wege. Aber Leute, wie das aussieht, oder? Das ist doch abartig. Wie gesagt, das ist die Vorschau auf das, was uns Unreal Engine 5 bietet. Die Matrix-Demo war ja schon krass und das ist schon die nächste Stufe. Ja, ich helfe dir ja. Hör doch mal auf hier. Undankbares Vibe. Oh Gott. Rein, rein, rein. What the hell? Da ist noch eine Kette. Bitteschön. Was ist die gelenklich, Alter? Wie so eine Schlangenfrau. Sz micro, Töningburden. Sie sind grödiegel. Sie wollen sie zu Hause führen. Es wird sie Tiefkundig, ja? No more. Let them rest together. Together? Together now. Let her rest. It's time. Sleep well. Keep going. Silence. She is gone now. All the rage. All the fear. All the grief. All died with her. You did it, son. Now people will be free. Okay, dann... Yes. Oh, that's doch nicht der Endgegner. But this means nothing. This woman was no God. She was weak. Like you. This changes nothing. It could still happen. It could still be it out from anything. Vielen Dank.